Ich stelle euch jetzt die Carla vor. Sie ist 16 Jahre alt und ihre Lieblingsfarbe ist blau. Dann spielt sie Geige. Außerdem hat sie zwei Katzen, die heißen nämlich Spooky und Coco. Dann nach der Schule möchte sie gerne Ärztin werden. Und ihr Lieblingsfach in der Schule ist Biologie. Dann möchte sie später unbedingt mal irgendwann nach Italien zum Schiefenturm von Pisa. Dann ist eine ihrer Lieblingssportarten, ist Tennis. In ihrer Freizeit liest sie außerdem auch sehr gerne. Beim Essen mag sie Fisch sehr, sehr ungerne und generell alles, was aus dem Meer kommt. Ihr Lieblingsfilm ist Star Wars und ihr Lieblingsfest im Jahr ist Halloween. Also ich stelle Nina vor. Sie ist 17 Jahre alt und ihre Lieblingsfarbe ist grün. Deswegen ist das grün. Sie ist Kellnerin und sie will liebend gern nach China fahren. Sie würde gerne nach der Schule Psychologin werden. Und sie liebt Joggen und ist Vegetarierin, aber hasst Zucchini. Sie spielt Klavier und ihre Lieblingstiere sind Vögel. Ihr Lieblingsfest ist Halloween und sie ist beim Roten Kreuz und den Pfadfindern. Und ihre Lieblingsfächer in der Schule sind Sport und Wirtschaft. Bis zum nächsten Mal. 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 Vielen Dank.